so wir sind bereit immer mal gleich hier rüber ich höre schon wieder gegner gerade im reingegangen level ich höre nur wasser ok jetzt schaltet das maus gleich kommen schöne wasserteufel ich hasse die ja die bauern schon teamwork so das muss hier oben sein irgendwie ja dann kletter ich mal aufs dach warum auch immer auch von der seite warum geht die tür nicht auf wir hatten das zugemacht hier geht's mal auch hier dann können wir ja auch wieder messer egal den ball haben wir nieder danach waren die waffe ist ganz cool aber dies nach jedem schuss muss ich nach wagen wo sich ja ich möchte an dem maschine sehr gut weil der war mir ein bisschen zu anstrengend damit messer geht es auch viel schneller ja auf jeden fall das geht richtig gut so hier schon mal nachladen immer schon eher drücken hier kommen die türen triegeln können wir ja hier rüber da schauen wir mal hatte die ballern aber ganz gut da hinten irgendwie hatte bis ich einmal nachgeladen habe ne vergeht eine stunde weiter wie die schreite ist ja wieder nicht so ich muss mir mal hier löschen löschen und bluten hier aber diesmal habe ich auch drei gesundheitsspritzen das ist gut ja ich lauf dir meinte her ja das nachladen dauert echt lange also da sind wir davon wenn man frau wie es ist was anderes gewohnt hatte ich wer getroffen aber ich habe irgendwie das gefühl auf uns hat jemand schießt jemand ja von rechts also davon genau vor dir aber ich verpiss mich hier mal kurz ja macht das lieber und Prozent setzen wir mal eine spritze was der Asi oh ja er schießt weiter ah du bist das ja ich habe keine Ahnung wo der ist also ich sehe den nicht das ist bestimmt so ein dreckiger Camper oder so ich verstehe ach das bist du ach das bist du wo ist denn der Drecksack er hat sich immer gut versteckt ist da oben irgendwie am Dach ne das weiß ich auch nicht vielleicht schleicht dass ich auch gerade um uns rum oder so ich laufe jetzt hier auch rum das ist deswegen du hörst du meine schritte ja ok aber es du leuchtest ja blau und finde ich auch besser als wenn man da nur wartet und in der ecke sitzt oder so auch wenn man ja vielleicht nicht so gute Karten hat oder so weil der vielleicht gut ist oder ich weiß es nicht aber auf jeden Fall hat er uns ja noch nicht umgegnietet das stimmt da ist ein Zombie das ist er nicht kann auch sein dass er sich wieder verpisst hat er der Sack ja ich komme jetzt hier hoch alles klar hier ist ein Messer in der Luft oh unsichtbar Mord ich hab hier bin ich stehe vor dir mit der Knarre da ist ich sehe da direkt ein Messer ok hier in der Luft das ist ja merkwürdig ja naja mhm so wollen wir die mal ärgern gehen oder was ja machen wir mal auf jeden Fall die Spinne wird verbannt krass die haben beide weggemacht voll krass na guck mal da ja die haben wer weiß mit wieviel Leuten die unterwegs sind es geht ja glaube ich maximal mit drei ja dann haben sie ähm haben sie noch irgendjemandem zum Spänen ausgeschickt irgendwie ich glaube der verbannt gerade die Spinne ähm achso der äh Jonas hatte mich noch wegen diesen GTFO oder wie das heißt äh was wir uns auch angeguckt haben gefragt der will das wohl auch zocken mit Freunden aber das kann man wohl nur zu vier zocken ah ja 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 müssen wir mal gucken irgendwie äh ich warte jetzt auch mal auf den Steam Winter Sale was da noch so freigeschaltet wird Alter die Jungs sind echt gar nicht schlecht äh zwei Dinge erledigt okay wir haben uns doch ziemlich lange aufgehalten mit ihm mit dem Suchen und so ne wo er gerade ist der da auf uns geballert hat ja das stimmt so jetzt sollte man ein bisschen aufpassen die sind nämlich oh ja da fliegen die Vögel mhm oh ja ich seh einen ich seh einen ich seh zwei oh zwei gesehen die laufen gerade von dir aus nach rechts mhm ich seh es auch wollen wir sie ballern ich hab keinen getroffen du ne ich auch nicht ich hab immer ein bisschen problem weil wenn die gerade wenn die laufen sind sind die jetzt so ziemlich versetzt auch von hinten oh scheiße ja oi hat er dich auch getroffen ja mich hat er auch getroffen ich deswegen verpisse oh nochmal und wenn er mich nochmal trifft dann habe ich ein Problem deswegen verpisse mich jetzt hier erstmal Busch und hoffe dass ich mir eine Spritze setzen kann wenn er nicht schneller ist so Spritze ist on point Energie da ah ich seh ne oh scheiße ah man scheiße aber du kannst mich noch wieder beleben der saß äh mitten im See im Fluss irgendwie ja hab ihn gesehen und ich hab ihn auch einen verpasst ich dachte sogar ein Headshot aber aber ah der Typ spiel ah der ist gar nicht schlecht ja der alter ich hatte auch keine Chance ach der mit der Pistole ja ich hab ihn auch zweimal getroffen aber jesu ja